Aha, das andere Hörnchen ist weggeflitzt. Das ist ein neuer, also ein altbekannter Hunde wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. So, du hast jetzt dem anderen zugeguckt, ne? Und du willst jetzt unbedingt auch... Ja, und ich hab dem die ganzen großen Nüsse gegeben. Sind so noch so kleine Bröckchen. Ui, das ist schon wieder weiß. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die kleinen Bröckchen weg, ne? Das geht ja auch. Du bist aber ein vertrautes Haus gar nicht ab. So, jetzt muss ich mal wieder große Nüsse holen. Die Kamera größer stellen. Das geht ja auch.